jo leute ich bin's euer finnelfee und wir zocken heute ein paar runden oder eine oder was ein bis zwei runden world of tanks vielleicht kennt ihr das ich verlinke euch das auch noch unten bei den beschreibungen ich hätte gerade mit meinen freunden abonniert sein kanal hast du auch einen kanal Los geht's! Was sagt der Mann? Ach ja, stimmt. Es ist schon LPS-Kanal. Das sieht gar nicht mehr aus. Okay, und wir stehen hier vorbei. Oh, sorry. Ja, haben Sie bei Serviett! Also... Ich bin schon wieder... Pflichtschütze ausgemacht! Wir feuern blind! Schöne gebrochen! Oh, jetzt rollt durch Ihre Panzerung! Scheiße, Scheiße, Scheiße Leute! Sie können jeden Moment reißen! Ja, Leute, er hat den stärksten... Warum kann ich denn nicht mehr fahren? Wir haben die Kette repariert, war los! Ich kaufe mir auch noch einen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ich mehr davon machen soll, von den Videos. Oder ob ich das lassen kann. Und, Leute, die Runde haben wir gesiegt. Ja, ich freue mich. Ja, Spaß. Ähm... Okay, jetzt kriegen wir... Was? Einen... What? Okay, ich glaube... Ja, ich glaube... Oh, nee, der nächste kostet 5.000. Ich kaufe mir einen für 15.000. Okay, da habe ich 3er Schuss, dann holen wir das kurz. Ich kaufe mir einen für 15.000. So. Ach, mal rücken. Oh. Hau. Okay, Leute, ich spiel kurz. Hört mal meinen Schuss. Warte, hört man den? Leute, wenn ihr das gehört habt, schreibt mir in die Kommentare. Habt ihr das gehört? Mach wieder leise. Timon! Hört mal den. Hört mal den. Hört mal den. Oh, scheiße. Wärme. F***, ich bin gestorben. Ähm, ähm, ähm. Oh, nee. So, so heftige Gamer mit Beinen. Alter. Was hier drin? Oh, nee. Ah. Oh, oh, oh. Ich hab den wirklich geschmeckt. 4, 3, 2, 1 Das ist nicht Aua, aua, aua Ja, kleine Wienerhoff. Ich weiß. Ich tue mal den Bomben, wir fahren nicht für immer, ne? Au! So süß. Kaffee war ein Fett, wo man da nicht fällt. Ich bock schlicht ja nicht. Alles klar. Leute, damit beende ich das Video. Abonniert meinen Kanal. Und das sind dann noch einen Daumen, wenn euch das Video gefallen hat. Und tschau.